Mrs. Tenetti, können Sie bestätigen, dass Sie heute Frankie Belmont am Mitoa-Lake-Strand niedergestochen haben? Ich habe ihn mit dem Messer erstochen, mit dem ich vorher Obst geschält hatte. Welche Beziehung hatten Sie zu Frankie Belmont? Ich kannte ihn nicht. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Ich will noch einmal den Vorfall durchgehen. Wenn du schreist, bist du tot. Wir haben keinen einzigen konkreten Hinweis darauf gefunden, dass da noch jemand war in dieser Nacht. Aber da war jemand. Ich will Ihnen eine Version erzählen, die einleuchtend klingt. Eine junge Frau, die viele schlimme Dinge erlebt hat, lebt erstmals für sich allein. Eventuell hat sie die spontane Idee, sich was zu überlegen, das ihr die Aufmerksamkeit bringt, die sie braucht. Mein Gott, es ist echt unglaublich schön hier. Das reinste Paradies. Sehr geehrter neuer Nachbar im Boulevard 657. Boulevard 657 liegt schon seit Jahrzehnten im Fokus meiner Familie. Nun, kurz vor seinem 100. Geburtstag, wurde mir aufgetragen, es zu beobachten und auf seine Wiederkunft zu warten. Es ist wichtig, dass sie junges Blut in das Haus bringen. In das Haus bringen, so ist es besser für mich. Die pure Gier führte ihre Kinder her. Sobald ich ihre Namen weiß, werde ich sie rufen. Ich werde sie zu mir locken. Kannst du schon irgendwas sagen? Der Regen hat um Mitternacht eingesetzt. Es ist wohl auch um die Zeit passiert. Was ist denn das? Und? Normalerweise suchen wir nach zehn Übereinstimmungen für eine Identifikation. Es reicht trotzdem als Anhaltspunkt aus. Für was? Dass diese Fingerabdrücke identisch sind mit den Abdrücken von Christina Hartung. Christina Hartung? Ja. Aber Christina Hartung ist tot. Ja, ja, das weiß ich. Aus Meghan und Dave! Auf Meghan und Dave! Danke euch! Jetzt ally zu diesem基itionen Gina, hi. Lenny ist weg, entführt vielleicht sogar… Gina, los! Tausch mit mir! Du musst jetzt mit mir tauschen! Genies dein Jahr in Los Angeles, Gina. Viel Spaß in Mount Echo, Lenny. Bis wir wieder tauschen? Nächstes Jahr in Tahoe? Ja.